In diesem Block geht es euch darum, eure künstlerische Adern zu spüren. Ich finde ein Battle etwas ganz Dummes. Von Herzen, Livio, bist ein Guter. Du hast mehr höher als der Mimix, wieso hängst du an seiner Rute? Ja, Pablo ist schon persönlich geworden. Ja, ja, nein, der Kylo kann sich fettfacken. Pablo hat sogar gesagt, dass Kylo seinen Erzfeindplatz von Livio übernommen hat. BATTLEMENSCHEN BATTLEMENSCHEN Acht Rapper gehe ich an die MENSCHEN zusammen. Alle kriegen gegeneinander. Es geht um Punkte. Der, der am meisten Punkte hat, dem geht es gut. Der, der keine Punkte sammelt, dem geht es scheiße. Ganz ehrlich. Ja, aber jetzt ist es anders. Das Jahr, da haben wir ein paar Punkte gemacht. Wir haben vier Zweierteams. Es ist immer jemand, der schon einmal dabei war und jemand, der noch nie dabei war. Die Spiele sind crazy. 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 Schön, dass ihr alle mit dabei sind in der vierten Staffel. Es geht auch in dieser Staffel wieder darum, sich in den nächsten 48 Stunden Luxus zu erspielen. 48 Stunden? Das ist mega viel! Wer am Schluss eines Blockes oberhalb der Linie ist, verbringt Zeit bis zum nächsten Spielblock in der Winnersong. Jawoll! Jenny! Jenny! Fucking Scheissdreck. Das willst du gewinnen, gegen so einen 2-Meter-Koloss. Somit sieben Punkte, Team Livio. What the fuck was that? Während uns natürlich, wo alle nachher zurückkommen sind, haben sich darüber gesagt, wow, sind er schnell gewesen und so. Und alle waren recht confident. Auch Pablo. Er war recht confident. Also ich und Livio haben sowieso gedacht, letztens wären wir safe nicht. Ich hatte schon das Gefühl, dass wir sehr schnell gewesen sind. Wir hatten ein mega gutes Gefühl. Und dann kam Pablo und hat gesagt, ich habe ein gutes Gefühl, wir waren so schnell und so. 8 Minuten 05. Und somit am langsamsten Team Pablo und Samtox. Wow. Ich habe wirklich gedacht, wir waren recht gut. Sehr schnell, ja. Ich dachte so, 8 Minuten ist shit. Das ist lang. Das merkst du, 8 Minuten dran bist. Und wir waren mit Abstand die Schlechtesten. Unser grosser Fehler war und wir waren zu bedacht. Eine halbe Minute schneller und somit Platz 3. Chi Chi, Kitoko. Krass. Scheisse, ich habe nicht gedacht, 50 Minuten. Eine halbe Minute schneller. Team Livio und Kylo. Somit Platz 1. 1. Uuuuh. Wie schnell sind wir? Wie gesagt. 5 Minuten 12. Wow. Das ist jetzt schon 4 und 5. Sack. 2. Oh Scheisse. Jetzt haben wir euch zu früh gefreut. Auflösung. Block 1. Da kommt das Scoreboard. Wie von der Zauberhand hinein geflogen. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3. Wir treffen jetzt in die Winner Zone. Krass. Das bedeutet, ihr bekommt ein brutal geiles Zmittag von Mario. Oh. Es hat einen Pool. Oh. Liegestühl. Ja. Ein normales WC. Ich kann Bad Hosen mitnehmen. Gerade mit Boxershorts. Das schauen wir nachher. Nur wenn sie weiss sind. Und es gibt eigentlich nur gute Sachen. Ihr Firmen leider bis zum nächsten Block in die Loser Zone. Dort gibt es, was es gibt. Sie ist auch noch nicht ganz fertig eingerichtet. Aber ja. Und bevor ich es vergesse. Das ist noch recht wichtig. Es gibt auch in dieser Staffel wieder einen Buzzer. Hm. Was passiert, wenn man den drückt? Weiss man nicht. Okay. Klar ist, es passiert nicht mehr das gleiche wie in der Staffel vorher. Alle Punkte gehen auf No. Yeah! Also, feel free. Jetzt aber zuerst mal viel Spass in den Winner. Beziehungsweise in den Loser Zone. Ich war schon schnell enttäuscht. Dass wir letzt sind. Bro. Letcht. Das war schon ein bisschen so. Ich war sicher, dass wir nicht letzt sind. Ich will, dass wir gewinnen. Aber ich will vor allem, dass sie gewinnen. Und dann hat es mir leid. Und dann dachte ich, Scheisse, ich bin so schlecht. Das ist jetzt ein bisschen der Unterschied. Jetzt, wenn du zwei Leute bist, dann hast du wie ... Vorher habe ich kein schlechtes Gewissen verspürt. Jetzt verspüre ich ein mega schlechtes Gewissen. Ich habe es vor meinen Loser-Freundinnen, Kötoko und Gigi auch gesagt. Es ist wie mit allem im Leben. Wenn du etwas willst und es dann hast, bist du ja dann nicht glücklich. Sondern du hast nur Schiss, dass du es verlierst. Wenn es um so Sachen geht wie Materialismus, Luxus und so. Und darum, wir können jetzt drei, die anderen müssen Schiss haben. Was ist das für ein Bett? Haha! Sorry, Guys. Es ist mega heiss. Wir haben zu wenig Schatten. Und die Wiese ist nass. Also nass und heiss. Aber zu wenig Schatten. Ich weiss nicht, ob das jetzt funktioniert. Aber eventuell könnte es noch etwas bringen. Der Schatten fällt hier hin. Aber ich will es nicht schön. Schrecklich. Ich hatte noch nie eine schlimme Loser-Zone. Weil es ist wirklich so, ich hätte lieber Regen. Wir werden so krank anschissen. Loser-Zone. Sorry, Jungs. Ich fühle mit euch. Ich kenne es. Kylo, du bist tot. Ich hoffe, es gibt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen uns. Wie geht der Scheiss schon wieder mal? Du musst glaube ich noch mehr anziehen. Ja, das ist gut. Vier Rapper. Wir wissen nicht, wie wir flaschen. Ach so, Bro, voilà. Er braucht dich mal an. Dein Kollege. Boah! Das ist eben der Spirit. Und das haben die anderen einmal gemacht, die wir es gewonnen haben. Also Pablo. Boah, ich provoziere sie jetzt so krank. Nein, mach nicht. Mach nicht, mach nicht. Einfach... Ich habe Angst. Nein, nein. Das war einfach eine krasse Erleichterung. Ich konnte einfach so... Okay, das erste Spiel, das erste Block nicht verkackt. Das war eigentlich das Geiste für mich. Oh, Aracilik. Ich habe mich richtig gefreut. Ich weiss nicht, wie es in der Luso-Zone ist, aber uns geht es gut. Nöge mal, nöge mal. Oh, oh! Hey! Cheers, oh boy! In der Winner-Zone habe ich Pablo ein bisschen provoziert. Ja, nein. Und der Kylo kann sich fatfacken. Ich dachte, dummes Zeug so übergegriffen. So würde mich anscheinend, einen Loser zu ziehen oder so. Würde mich anscheinend, aus dem Leichtenstein zu kommen. Shout-out, Leichtenstein! Pablo sagte sogar, dass Kylo den Erzfeindplatz von Livio übernommen hat. Ich habe schon dreimal Battlemension erlebt und es war immer das Ziel von Pablo, Livio zu eliminieren. Und das hat sich jetzt geändert. Das ist crazy. Pablo ist sehr angepisst. Ja, ich schwöre. Wenn wir weiter faxen, schlafen wir. Er wird richtig hässlich. Er hasst uns dann. Ich bin bereit zum Schlegeln. Das würde ich gerne sehen. Du gegen Pablo. Du kannst besser schlägeln wahrscheinlich. Pablo ist aber grösser Masse. Pablo würde mich schon locker gelassen. Das ist riesig gross. Ja, Bruder, das ist auf meine Seite. Ich habe so Bock, um das zu essen. Ich bin ganz sehr wecken. Ja, okay. In dieser Sonne? Das ist das einzige Schattending, das wir haben. Das ist wirklich der unterste Schublade. Ich glaube, ich gehe direkt in den Busch klicken. Ja, okay. Ich habe Angst, dass ich sie jetzt umrühren kann. Ich kann nicht verheben. It was all right. Ich habe mich vorhin gerade dazu entschlossen, ich werde jetzt ein bisschen trinken. Um diese Zeit ein bisschen... Ah, Vorspeiss mal. Super. Vitamin O. Super. Geil. Danke vielmals. Einen guten miteinander. Einen guten. Danke vielmals. Einen guten Jungs. Oh, das sind Rüttel. Yes. Noch nie so eine Salatgasse immer. Schwierst du gerade. Mmmmm. Es geht immer so weiter. Das sind die geilsten Tage, die wir je hatten. Dann ist es wirklich für Ferien. Ja, ich wollte es sagen. Das wäre so geil. Das arbeiten wir. Wow. Spürst du den kalt Wind? Ja. Das tut gerade mega gut. Leben. Guten Tag. Sorry. Schon jetzt geht es. Das war das Mineral, Entschuldigung. Oh ja. Könnt ihr euch auf mich verlassen. Es gibt nur verbale Flatulents. Die werden mich nie gehören. Ah, kurz? Never. Ever. Wieso? Kurz und schnell? Nicht vor anderen. Ah, der glänzt Mario. Er glänzt. Hey Mario! Mario Waldisbühl ist Privatkoch und Gastronom. Und seit der ersten Staffel der Hauskoch von Bettelmenschen. Oh, geil, Mann. Oh my God. Oh my God. Geil. Yes. Oh my God. Oh my God. Hey, du hast einen Feichen bei mir? Geil. Bei euch, bei den Fegis, habe ich einfach Chili und Knoblauch anstatt Speck. Hammer. Danke, Mario. Danke, Mario. Beste Mann. Ein guter Joast. Ein guter Miteinander. Das ist perfekt zu essen. Bro, das sieht richtig gut. Das hätte ich gestern bestellt, hätte ich es gesehen. Mmh. Scharf. 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 Ja, Mann. Äh. Ganz sicher gesagt, ich mache es scharf rein. Ich glaube, die haben einen Kaps genommen. Meine Pasta war scharf, für meine Wohnung sehr scharf. Aber die anderen haben es genossen. Ich habe am Anfang gedacht, jemand hat mein Essen exo verschärft. Haha. Aber ich habe nie ein bisschen da drin. Chico hat es zu scharf gefunden und hat ein Glas Milch verlangt. Aber es ist ein ganz hartes Eich. Ah. Was passiert heute noch? Ja. Zwei Spiele. Ich schaue gut zu eurer Kraft. Also, die Kitoko ist wirklich am... Ich habe selten... Ich bin so... Du hast noch schlechter in Laune als ich. Jetzt sehe ich mal, wie das ist. Ja. Ich mache es zuerst. Es ist voll nass am Boden. Mega, oder? Aber du musst so denken, die springen im Pool. Mhm. Das ist alles, was wir haben. Der nass Boden. Ja. Das war geil, Simon. Ich konnte eine Runde liegen. Ich bin sogar eingepennt. Schnell. Und es sah sehr gut an. Ja. Ich habe gegessen. Und dann... Und dann musste ich einfach nicht machen. Also, wir sind so voll... Netflix und chill. Einfach ohne Fernseher. Wir wollen alle Ruhe haben. Also, eigentlich wie ein Faultier rumliegen. Ich erwarte für den nächsten Block, dass der... IAZ und der Gigo ein wenig zu konferent sind. Und sich vielleicht ein wenig mehr zutrauen, als sie können. Aber vom Spiel her, ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, etwas, wo man so mit denken müsste. Weil man wirklich logisch überlegen muss. Das schaffe ich gar noch so. Also, ich habe das Gefühl, es wird jetzt weniger anstrengend körperlich, sondern mehr... Kopfsache. Wir dürfen jetzt nicht chillen oder so. Jetzt haben wir gewonnen. Wir haben viele Punkte. Das kann alles. Das nächste Spiel gibt vielleicht noch mehr Punkte. Und wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Willkommen in Block 2. In diesem Block geht es uns darum, eure künstlerische Ader zu spüren. Es geht um Musik. Und es geht um Texte. Es ist Zeit zum Glänzen. Und genau das könnt ihr in den nächsten zwei Spiele. Wir gehen zu Spiel Nummer 1. Oh mein Gott. Fuck! Ich will jetzt spoilern, oder? Kann ich schon spoilern? In diesem Spiel gewinnt, wer schlagfertig ist. Jedes Team zieht, welches andere Team sie dissen müssen. Sie haben 40 Minuten Zeit, einen Text zu schreiben, den sie dann vor der anderen A Cappella vortragen. Die zwei unbeteiligten Teams dürfen den Text geheim bewerten. Am Schluss gewinnt, wer am meisten Punkte bekommt. Wer welchem Team wieviel Punkte gab, wird ganz am Schluss transparent gemacht. Wie lange muss das sagen? Eine halbe Stunde? Was für ein Vater. Also nein, ich frage nur. Mach doch auch einen 16er? Ja. So lange, wie du möchtest. Okay. Ich finde ein Battle etwas ganz Dummes. Also, ich schaue gerne zuschauen. Es ist sehr unterhaltsam. Aber selber. Ich habe mir immer zu viele Gedanken gemacht. Kann ich so weit gehen? Man muss mich entschuldigen oder so. Ihr könnt jetzt ziehen, welches Team ihr dissen müsst. Ich habe die Entscheidung entschieden. Super. Ah, es ist nicht... Sie tun nicht Auto-Wax. Nein, nein. Nein, nein, nein. Ihr dissen sie. Wer das ihr dissen, dürfen ihr jetzt ziehen. Wir dissen sie und sie dissen jemanden. Ja. Das ist geil. Also vielleicht auch gegen sie. Gigi und Toto. Hallo. Und Zeo. Ich freue mich drauf. Als man mit einem Battle macht, hat Pablo schon uns alle fixiert. Er hat schon vorgestern gesagt, ich habe für euch alle etwas geschrieben. Ich habe einfach so... Wow. Es ist sehr geil, dass es aber nicht zwei Teams gegeneinander sind. Du kannst einfach austeilen. Die anderen können es einstecken. Wir müssen gar keine Anger aufbauen gegen dich. Sondern wir können einfach weiter und die Wut jemand anderes auslassen. Die Zeit läuft ab, jetzt. Ja. Weisst du, ich suche Melodie. Ich suche Lörder. Okay, okay. Du schreibst ein paar geile Lines. Ich schiebe ein paar geile Lines. Dann probieren wir sie zu verbinden und etwas geil draus zu machen. Ja. Das darf nicht zu hart sein. Wir mussten gegen Gigi und gegen Kitoko. Die sind beide so einfühlsam. Ich weiss es nicht, Mann. Ich wollte das nicht als Ausrede bringen, sage ich dir ganz ehrlich. Aber wir wollten es so lieb und so cool wie möglich und so lustig wie möglich rüberbringen. Fernseher oben. Einmal. Ich muss noch sprechen. So, ich lasse dich machen. Ich spiele. Ich habe sie auch schon gemacht. Aber ich war nicht so im Modus gewesen. Ich habe es unter Druck geschrieben. Ah, fuck and hate it. Wir müssen gegen Gigi und Diaz. Sie haben recht viele Sachen, die man ansprechen kann. Also es ist dankbar. Geteilt wurden. Rein auf Geteilt wurden. Geteilt wurden. Zwei Torten. Zwei Torten. Ihr seid zwei Torten. Scirocco? Scirocco ist ein Scheissauto. Das ist wie ein Ferrari. Fiat Scirocco? Fiat Scirocco? Ja, Fiat Scirocco. Bist du sicher? Hey! Hast du noch eine Selfie? Ist das Scirocco? Was ist das für ein Auto? Hast du das? Fiat Scirocco? Fiat Scirocco? Ich habe Fiat Scirocco. Ich habe Fiat Scirocco. Du zuerst, weil ich habe das Buch. Lass die Dinge zuerst. Hast du schon mal eine Kapelle? Ja, ja, ja. Also du weisst, so Lassschütter, du weisst. Genau, genau. Genau, so habe ich schon gemacht. Fertig. 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 Wir haben auf korrekte Basis gedisst. Wir wollten nicht persönlich werden, auch nicht rassistisch, diskriminierend. Ich habe auf das geachtet. Eigentlich ist es ein bisschen schwer. Pablo hat am Schluss dann irgendwie drei Seiten vollgekommen. WTF? Er hat das ganze Album geschrieben. Oh boah, Kassastrophe. Ich hatte voll das Gefühl, ich habe voll reingeschissen. Das Ganze war für mich sehr anstrengend. Sehr draining. So. Ich mache so. Also nicht auf den Kopf. Ja, so. Ja, so. Ja, so. So. Wir fangen an in der Rangliste von unten momentan nach oben. Das heisst Pablo und Sam Tox mit dem Distrack gegen Lidio und Kylo. Und bitte. Ich sage nichts, du kannst gehen. Alright. Kylo, Kylo, Kylo Dream. You step into the room and the ladies scream. I bet they cream. Cause yeah, obviously, you a pretty bean. Liechtenstein, light skinned, looking fine. Jamaican boy, make a girl that you want. Look at him, standing over there. Yeah, you really trying to stand out. Cause how you wearing pants while we all got our legs out? Mmmh. You're gonna pass out. Heavy on that lead. Baby, hands down. Livio. I ain't got much to say, but this is fate. Anyway, I'm really happy to finally meet you, bro. Cause now I'm finally sure, you ain't Pablo's hole. Ohhhh. 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 Bevor ich anfange, Kylo hat sich einen Kuss gewünscht. Möchtest du nicht? Nein. Okay. Heyo Kylo. Mega cool, du bringst leichten Stein auf die Map. Anwarte, ich kenne ja keinen Schwanz. Ich bin ein Obelisk, du bist ein leichten Stein auf Crack. Wenn ich in ein Battlestep, dann will ich Lines hören. Kylo, du hast noch weniger Hirnzahlen als Spotify-Hörer. Ohhhh. Ich komme zurück, aber zuerst mal zu diesem Lumpen. Du bist ein Broke-Ass im Gym, der nicht mal pumpen kann. Check. Sorry für die Doppelbedeutung. Ich weiss, es ist kompliziert. Mr. Reizdarm ist nach dem Battlestep konstipiert. Ich hoffe, wir haben im Alter nicht mal Katzen und sind einsam. Kylo, der einzige Rapper, der nicht mal eine kleine CIA-Rap-Karriere herbringt, trotz Battlestep-Menschen-Teilnahme. Ich habe eine ganze Potion getrunken, sag mir Obelix. Kylo, der einzige, der arbeitet, Fell-Off zu ziehen, bevor er jemals oben ist. Dabei wäre es wirklich nicht schwierig. Schau doch mal den Jul an. Oder den Doppel mit seiner Jockelmusik. Komm zu mir in die School, Bro. Ich kann dir vieles teachen, aber leider nicht wie nicht scheisse sein. Ich würde gerne ein generisches Kompliment geben, aber ich habe keines dabei. Kylo, dream. Nein, Bro, leave. Du hast keinen Flow. Bleib bei deinem iPhone. Lean dir den Grin zu und wird notdümmer. Ich sage das so, dass du es checkst. Bei diesem Battle wirst du not gewinnen. Zurück zum Livio, der ist auch dumm. Ja, das stimmt. Der Livio ist so dumm! Ich verkauf ihm Fuffis aus dem Bambus-Kag. Und ich weiss nicht, aber du siehst einfach so aus wie jemand mit starken Mangel in der Anuspflege. Und jetzt noch etwas Echtes. Von Herzen, Livio, bist ein Gute. Du hast mich höher als die Mimics. Wieso hängst du an seiner Rute? Hebe deine Fresse und mach jetzt mal Platz. Deine Achilles-Fersen ist dein lächerlicher Haaransatz. Geniesse die letzten Jahre Frisur, Bro. Weil du hast gleich ein Glatzen. Bro, alle wissen es, die Truth ist in der Gasse. Und bitte, Bro, kannst du dir am Cipher einmal Mühe geben, aber du hast Angst, dass es nicht reicht. Darum muss den Gacki mal genügen. Ich muss den Lappi da rügen. Deinen Papi mal rufen. Ah, warte, das bin ja ich. Fuck, ich muss seufzen. Sohn, ich brauche euch. Sohn, ich bin nicht hässig. Ich bin... Nicht hässig. Sohn, ich bin nicht hässig. Ich bin enttäuscht. Ich würde sagen, klären wir es wie double, aber mit welcher Fäuste. Darum nimm doch auf meinem Schossplatz du Bilderbuch, Beispiele von einem Dorfspatz. Falls ich alt werde und einsam, bist du dann meine Notkatze und nicht schnurr, wenn ich dich krelle. Schnurr, schnurr, Pablo, schnurr. Ah, ein Typ. Zu krass. Ohlala. Zu krass. Das ist schon zu krass. Das hat er doch ein bisschen nachgeschrieben. Der hat doch falsch in Form wieder richtig gesehen. Das ist zu krass. Er hat drei Seiten vollgeschrieben. Und ich so, Pablo, gehst du in Therapie? Er musste raus, er ist recht hässig. Ich habe die Hälfte von seinem Text gar nicht verstanden, aber es hat sich gut angehört. Er hat ein ganzes Album geschrieben. Aber es ist gut, ich war schockiert. Das alles in 30 Minuten. Ja, Pablo ist schon persönlich geworden, aber für mich noch voll im Rahmen gewesen. Es hat mich jetzt nichts getoucht. Ich dachte, oh fuck, das war geil gewesen. Es ist ein Rap-Battle. Ich finde, du musst schon ein bisschen die Hände zeigen. Und man kann ja auf Sachen eingehen, die stimmen. Es ist ruhig, wir sind gute Freunde, wir kennen uns gut. Das war lustig. Wir beginnen mit Punkten zu verteilen. Chi-Chi, Kitoko, ihr könnt anfangen. Hey. Es ist wirklich gut. Ich finde, auch sie hat es so gut gemacht. Ich liebe, dass sie gerappt hat. Und sie war mega herzlich. Wir müssen schon fair sein. Es war so simpel. Es war schon gut. Es war auch gut. Ich muss ehrlich sagen. Battle Part 2. Chi-Chi, Kitoko. Ich sehe die beiden Rappers doch bei diesen Battles keinen Stich. Wenn man dissen, nicht, dass nachher noch der Zweitnagel bricht. Beim zweiten zwar mehr Glück, doch wieder zu langsam. Acht Minuten für ein Spiel, Bro, es ist ja schon vorbei. Und Pablo direkt Matt fickt wieder alle an. Aber es ist nicht er der, der war. Das ist der Seifer da. Und das Spiel ist zwar nicht fertig, aber wir sind jetzt safe mit euch. Wir gehen for the win. Bleibt ihr da raus so treu? Und weil wir euch halt lieben, gehen wir jetzt da nicht härter rein. Aber nur, dass ihr wisst, beim nächsten Spiel ficken wir die und die. Mike droppen. Schön mit dem abwechseln. Ja, das war ein guter Job. Pablo und ihr sind auch dissen worden von Gigi und Kitoko. Ey, das war schon ein mega geiler Disse. Vor allem der Part mit dem Nagel. Was ich cool gefunden habe dort ist, dass sie sich abgewechselt haben. Und battle rap technisch hat es doch ein, zwei coole Lines. Zum Beispiel für das ist der Seifer da. Wir sind da nicht am Seifer, aber egal. Es war halt, wenn ich sage, es war kreativ, dass sie so aneinander aufbounced haben. Aber es war auch krass kurz. Es war schon sehr kurz. Und so die letzten mit I, dich, dich und dich. Es war so ein wenig wack. Sechs oder sieben? Es war kein Deins, es war ein Dicke-Dich. Also machen wir. Ja, für Hip-Hop. Es ist mega leid, wenn du das gesehen hast. Scherestein Papier. Wenn ich gewinne, dann ist es sieben. Scherestein Papier. Das ist Schicksal. Sechs. Es ist nicht so fertig gemacht worden. Weißt du, was ich meine? Also checkst du, wie ich meine. Pablo und so, das hat sie nicht so gejuckt quasi. Wir haben so hingegen ein bisschen mehr disst, würde ich mal sagen. EHZ und Gigo mit dem Disstrack drei. Disstrack. Dass der EHZ uns disst hat, hat mich auch und Gigo hat mich auch fast sterben. Ich habe KITOKO angeschaut und dachte, sie töten uns. Ich dachte wirklich, jetzt werden wir gekabelt. Ah. Ah. Nein. Wenn ich durch euch doorstep, ihr deppet, Gigo. Wasch ja, wasch ja, wasch ja. Dann nützt euch auch keine Scheiss-Kopfschmerztablette. Battle Mansion Side. Dies, die zwei. Okay, Gigi hat mir, glaube ich, Milch eingeladen. Was soll ich sagen über euch SIKI TOKOS? Ich will Bands fahren, aber es reicht knapp für ein Chiroko. Und wenn ihr wollt, schreibe ich den Part wieder neu. Ihr seid Losers. Der letzte Platz passt auch zu euch. Wir lassen uns lieber von einem Mario bekochen. Mit ein wenig Trüffeln und ganz harte Soße. Wir sind den ganzen Tag dort oben. Ihr seid Donut, essen uns Ravioli aus der Dose. Sag mal, wer sich gegen euch da getraut. Kiki, Gigi. Ihr seht beide aus wie so Lauchs. Hey, weisst du, gemütlich. Gemütlich. War okay, oder? Und wo ist dein Part? Ich war für einen Fake-Zustand. Vor allem, er hat sich mit Gigi und ich dachte, sie gehen voll ab wie ein Zäpfchen. Aber ich habe gemerkt, sie sind sehr gross. Wie sagt man das? Sie haben sich zurückgehalten. Es war mega nett. Sie waren so nett. Ich habe ihn nicht empfunden als das. Es war sehr freundlich. Bei EAZ und Gigi habe ich es schade gefunden, dass nur EAZ gerappt hat. Ich dachte, jemand muss das von dir machen. Es ist okay, dass alle das so machen. Aber schlussendlich habe ich den Kürzeren gezogen. Ich habe den Zug verpasst. Aber seine Special Effects. Er hat sich gar nicht. Und dann bin ich dran. Nein, ich verrecken. Wir gehen gleich zu der Benötigung. Pablo und Sam Tox. Ich habe einen Davo. Wenn du eine Nudelsuppe machst, und du versiehendlich zu viel Wasser rein, und dann hat es zu wenig Flavor. Das war das Battle. I know he got more in store. So, that's why I'm like. Ich meine, er muss ja nicht komplett gemein sein. Nein, und vor allem, es ist so, wie sie sich auch so sehen, oh, das ist mega schwierig. Nein, wir haben einfach keinen sexistischen Lines rappen. Sonst kannst du die beiden sehr gut beleidigen. Ich würde so sechs oder sieben. Ich auch sechs. Sechs? Sechs. Gut. Ich bin ein Ungöniger. Ich fühle so etwas um ein Fifi rum. Ich habe auch fünf gesagt. Das letzte Battle. Livio und Kylo dissen. Okay. Du, du bist ein Tupac-Clone. Aber er ist froh, dass er da ist. Jigo hat schon Freude, wenn er mir an die Setze ihm vorzuschmecken darf. Das ist ja auch, was gut ist. Livio hat sich die letzten fünf Jahre nicht mehr so Mühe gegeben beim Rappen wie bei dem Battle. Ich schwöre. Nirvana smells like Teen Spirit. Nein. Okay. Also. Was soll ich sagen? Das wäre es gewesen mit der Folge? Ja. Okay. Das wäre es gewesen mit der Folge für mehr Bounce-Content. Das wäre es gewesen mit dieser Folge. Das wäre es gewesen mit dieser Folge. Das wäre es gewesen mit dieser Folge. Mehr Battle-Menschen-Content gibt es da. Mehr Battle-Menschen gibt es da. Wo muss ich zeigen? Nirgends? Ähm. Links oder rechts?